Ihr erster Auftrag Detektivin mit voller Blase So stolz war Julina Lange nicht. Ihr erster Job als Detektivin und dazu noch einer, bei dem es darauf ankommt. Ein vermeintlich fremdgehender Ehemann soll überwacht werden, da ist die volle Konzentration gefragt. Leider wird diese durch den permanent stärker werdenden Blasenruck gestört, der sich schon bald übel verselbstständigt. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage